Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bluenstar Defense 6 zusammen Doppel. Hallo. Es ist 6. Ich wollte 5 sagen, ja. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich bin mir selber nicht sicher. Es muss 6 sein. 6, ja. Ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, Kurab-Spieler teilen sich Essen und Geld. Haben wir die mir nicht schon mal gespielt? Ich kann mich nicht erinnern. Okay, gut. Dann nicht. An die Waldhütte. Mit dem roten Rauch und dem roten Licht. Ja, das ist alles natürlich. Ich krieg das Geld für jeden zweiten Bluen, den du twitterst. Alles? Du kriegst das Geld für jeden ersten, den du twitterst. Was? Ach ja. Na ja. Vielleicht brauchen wir auch 100 Euro. Ist Gott aufgefallen, dass ich das Ende auch noch beworben muss. Kannst du dich schon mal vorbereiten? Ne, ich werde da unten nichts sitzen. Die Tür wackelt, wenn du draufklickst. Und du kannst das Auto entfernen. Und die Axt kloppt. Ich hätte gerne mal wieder so Wind. Du kannst doch die Reifen schaukeln. Ja, so minimal. Also ne, ich hab nicht auf Reifen geklickt. Du kannst sogar auf die Fledermaus an einem anderen Baum klicken. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Langsam habe ich auch wieder genug Geld, um den zweiten Turm zu setzen. Fledermaus. Am linken Baum sitzt ne Fledermaus bei mir. Da oben. Ja. So. So. Wo geht's denn bei dir denn immer auf? Oben. Okay. Alle kriegen wir viel Geld. Oh ja. Voll. Huiuiui. Das macht schon richtig Spaß. Lulululul. Dauert aber auch hier. Die Runde 12. Was ist denn los? Ja, auf der Flasche ist es mittlerweile auch Pfand drauf. Oh krass. Schon die erste Änderung 2022 entdeckt. Am sechsten. Ja, es gibt jetzt noch mehr Flaschen Pfand. Cool. Ja, richtig. Zum Beispiel. Mehr Kohle. Ja, genau. Eti, verdienen wir immer mehr. Zum Beispiel auf so Plastik-Saftflaschen und. Äh. Könnte war ja nicht Pfand drauf, ne? Nicht Cocktail, sondern ähm. Wer ist das andere? Das Gesunde? Ähm. Smoothie. Smoothie, genau. Das Gesunde. Ey, Digga. Ich mach hinten gar nichts. Ich sitz hier einfach nur und warte bis ich 1000€ hab, damit ich meinem bei Druiden das Strom-Upgrade geben kann. Damit der auch endlich Kabelfernsehen hat. Und nicht mehr wie ein Höhlenmensch über Satellitenschüssel schauen muss. Ich hab Glück. Ja. Irgendwann wird das den ersten erwischen. Irgendwann. Jetzt hat er's. So, wir bräuchten vielleicht mal ein paar Kanonen. Die kosten Kanonen nur 525. Was hab ich eingestellt? Warum hab ich 60.000 EP mit meinem Reißnagelwerfer? Weil du den anscheinend oft genug setzt. Wer bewacht jetzt unser Ende? Oh. 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 Oh ja, ich war ja bei meinem... Abgewirr jetzt vertieft. Da kannst du bloß sagen, dass ich überhaupt einen Raketenwerfer dahingestellt habe. Ansonsten hätten wir den nicht weggekriegt. So, Quincy darf auch noch ein bisschen reinschießen. Ja gut, sie ist ein Level gestiegen, ohne irgendwas zu machen. Sehr gut, Quincy. So, schon bei der 11. von der Runde? Ja. Und in 7 Runden kommt der Moab. Und. Most of the level is the level of attack. Oh. 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 Ich bin der große Arm. Oh, ich bin der große Arm. Na. deine Abwärmung. Ich bin der große Arm. Also, keine Abwärmung. Ich bin der посмотреть für mich dafür. Aber ich bin der kleine Arm. Und ich bin mit der andere Arm. Ja. Aber ich bin der Mensch. Oh yeah, wo warst du gerade? Äh, auch mein Magier. Achso. Ich war noch 800, dann kann ich die zurückschießen, die Bloons. Das ist gut. Jetzt sind sie nur 400. Und er ist gleich da. Oh, Junge, das ist knapp. Ja, nee, da hab ich's. Nice. Ja, das war gar nicht knapp. Was glaubst du für ne Scheiße? Genau dafür hab ich das abge... Boah, das hat alles in den Arsch gerettet, die wird sonst wieder verkackt. Das ist ja nicht schon ausgegangen. Nee, das hätt ich mich nicht geschafft. Sehr gut, na... Na lief ja alles nach Plan. Okay. Gut, dass du aufs mittlere Upgrade gehst. Ja. Wow. Okay. Ah. Okay. Oh mein Gott, sieht das weird aus, wenn du beim U-Boot drin bist und die Range siehst. Der Wald einfach plötzlich rot ist. Ja. Ich war gerade so verwirrt. Ja gut, die Runde. Hammer. Was soll schon schiefgehen hier? Was soll hier noch schiefgehen? Das ist wichtig. Der Bungerang-Affe muss Linkshänder sein. Incoming! Ey, dieser... Der Wirbelbind ist immer richtig okay. Haha. Ja. Aber er rettet uns. Er rettet uns. Er rettet uns richtig. Ja, der ist schon perfekt. Ich denke, das ist einfach nur noch eine Absicherung. Ich möchte unten noch mal einen. Haha. Wow, meine nekromatte Blutseil. Haha. Die machen wir den ganzen Spaß die Runde kaputt. Wir sollten ohne die spielen. Nein. Die sind too strong. Wird sehr viel Geld dafür ausgegeben. Ja. Ich finde trotzdem, dass die too strong sind. Es kommt halt eh nichts mehr durch. Ich bekomme der Triple Schuss noch für mein letztes U-Boot. Jeden Moment. Hast du ihn gerade verkauft? Ja. Warum machst du so eine Scheiße? Jetzt sterben wir wegen dir. Was geht's denn jetzt bitte? Junge, wie hast du die Mörse da unten in den Wald gefließt? Die sehe ich jetzt erst. Haha. Die sehe ich einfach jetzt erst. Haha. Was soll sie ja nicht sehen? Haha. Das ist ja mal richtig gut. Haha. Oh, okay. Letzte Runde gleich. Ich hab 2000 auf der Tasche. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Wow. Ja, easy. Easy snack. Oh, mein Affenstar. Fast so viel mit Diner, den du verkauft hast. Ja. Schauen wir noch, wie weit wir kommen. Ja. Quincy ist gerade auf Feuer. 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 Let's go. Quincy ist auf Feuer. Ja. Da fließt das Geld rein. Da kommt die Kohle. Die Kohle. Die Kohle. Get die Kohle. Get die Kohle. Ich kann einfach den Kollegen hochpushen. Äh, wo war das Träger? Oh. Oh Gott. Ich glaube, es ist noch nie jemand auf diese Stufe gegangen, aber ich mach's. Ich zieh's durch. Wie viel Geld produzierst du jetzt, Bruder? Ich hab' noch mal ein paar durchkommen. Mein Nagelwehr verbraucht nur ein paar Kuss. Und er mal ein bisschen im Level steigt. Lass' mal ein paar durchkommen. Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Mehr Türme, die Geld produzieren. Es ist gleich mehr Geld, um Türme zu bauen, die Geld produzieren. Ich hab nicht umsonst Marktwirtschaft. Gelebt. Gelebt. Ich weiß noch, wir hatten Volkswirtschaftslehre in der Schule. Und ich hab's nie verstanden, aber ich hab immer eine Eins geschrieben. Und die Lehrende dann immer so, ja, du verstehst ja eh richtig oder nicht. Ja, natürlich. Um was geht's gerade mal? Ich produziere da oben Geld, aber wie krieg ich das dann? Oh, Stufenaufstieg. Was machst du grad so? Ich sichere meine Rente ab. Ja. Ich wollte wieder mit Aktien traden. Ich hab keinen Bock. Äh. Ich sag, jetzt muss ich mal ein bisschen Geld sparen, dass ich die noch verbessern kann. Mach den Bildschirm unsicher. Unübersichtlich. Unübersichtlicher Gott. Womit? Ja, jetzt siehst du das nicht in der Mitte fliegen. Was mit dem Flugzeug? Dessen Flugplatz wieder mal hinter den Bäumen liegt. Ach, da hinten? Wow. Fünftausend ist schon viel für mehr Geld. Der eine ist schon zweitausend produziert. Wo ist das Geld jetzt? Hm? Wer hat Geld produziert? Der eine von meinen Freibordorfen. Ah. Für was anderes sind die auch nicht da. Die haben noch nicht wirklich Kills gemacht. Ach. Jawohl. Deiner hat 600 gemacht. Vielleicht kann ich mir noch mehr Geld von denen abholen. Apropos, mein Absicherungs-Droid hat... Oh. Ah, der hat bis jetzt 57 Kills gemacht. Jetzt sinds bei 154. Oh, jetzt sinds aber weit durchgekommen. Ja, wir sollten da vielleicht mal was machen. Ach komm, da geht noch ein Sinn. Oh Gott. Oh, das ist das dritte Update. Great, teuer, Alter. Oh, das ist das dritte Update. Great, teuer, Alter. Let's play. Oh grandpa, das ist es... Oh, das ist riesig. Oh, das ist riesig. Oh, ein bisschen Geld noch! 8.500, ja, leck mich doch. 10.900, willst du mir verarschen? Jetzt können wir die aber irgendwie wieder gut halten. Was stunnt die denn da oben bei dir? Keine Ahnung. Okay. Ich glaub... Oh, das COMG. Kein Problem für uns. Ah, natürlich nicht. Entschuldigung, wir haben gleich wieder 5.000 zusammen. Oh, das sind jetzt aber viele. Jetzt würden sie aber kreativ mit dem Willen. Quincy, tu mal was! Danke, Quincy. Ich glaub ich muss hier gleich auch mal wieder was für die Allgemeinheit tun. Nachdem ich jetzt mein drittes Schiff auf Stufe 4 abgegraced hab. Ein bisschen Geld noch. Noch ein bisschen Geld. Jetzt raschen sie aber auch daher, ne? So, Jungs, ich hab euch dafür gekauft, dass ihr mir Geld bringt. Macht euren Job! Oh, mein Gott! Ich liebe mich nicht. Ich bincontrolled. Ich bin dran im. Ich bin dran und drin! Ich bin dran im. Ich bin dran im. Oh, zwei! Hey, easy! Jai, Falla! Wovor hast du Angst? Ich freue mich schon drauf, wenn die Metall-Morps kommen, weil dann sind wir zu groß. Ja. Ja, mir fehlen noch 12 Euro. Danke. Oh, dann jetzt habe ich da oben Moabschräder. Da bringe ich noch... Da bekomme ich noch zwei Schiffe hin. Hey, Jai! Da war's grad. Zack. Oh Gott! Ja, kein Problem. Komm! Komm! Bei der Maus nicht mehr! Das ist vielleicht ein Problem. Und gleich wird's noch schlimmer. Ich bin grad schon dabei drei Flugzeugträger zu bauen. Das hilft auch nicht. Das hilft auch nicht unbedingt dazu. Oder trägt auch nicht unbedingt zur Übersichtlichkeit bei. Komm, mir noch eine Idee. Wann hat mein Freibäuter Affe... Also, wann hat mein Flugzeugträger bitte 28... Oh Gott. Oh Gott. Was? Was? Das lief um einiges besser als erwartet. Hey, Jai! ... ... ... ... ... ... ... Ah Gott. Ja, ich hab jetzt noch ein ... Flugzeug platziert, wo die Schüsse automatisch zu den Balloons gehen. Jetzt wird es noch unübersichtlicher. Ja, man sieht eh schon fast nichts mehr. 500€ um das Auto wegzumachen. Pff. Ja, das ist aber tot. Das ist aber tot. Oh lol, ich hab die gar nicht gesehen! Oh fuck. Ja, schade. Mein bester Affe hat 2 oder 25.000 gekillt. Ja, dafür hab ich mehr Geld generiert. Einfach plus 26k, das ist übel wenig. Gott. Ja gut, war aber ne... War aber ne schöne Runde. Lasst doch ein Like und ein Abo damit zu gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei und tschüss. Tschüss.